Heute geht's um sportliche Frösche, ganz große Sprünge, Seilziehen im Garten, Fische fangen am Teich, ein Entchen auf Wanderschaft, um Kinder unter Wasser und um den Elefanten. Untertitelung von ZDF, 2020 Sieben, acht, neun, vier, zehn, quack, wir sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn kleine Frösche, quack, quack. Und was könnt ihr? Wir können einen Turm bauen. Zeigt mal. Wir können einen Turm bauen. Quack, 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 quack. Bravo ihr Frösche, gut gemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Tschüss! Ein grüner Grashüpfer, eine grüne Paprika und grüne Gorken. Das ist alles grün. Grün. Heute zeigen wir euch, wie ein Forsch hüpft. Frösche sind meistens im Wasser, denn sie können sehr gut schwimmen mit ihren Hinterbeinen. Schaut mal. Oft sitzen Frösche auf Seerosenblättern und warten. Bei diesem Frosch könnt ihr sehr gut seine großen Augen sehen und an den Hinterbeinen die großen Füße mit den Schwimmhäuten zwischen den Zehen. Wie Taucherflossen. Frösche gehen aber auch an Land. Mit ihren vier Beinen können sie sich gut vorwärts bewegen. Das Wasser verlassen sie vor allem zum Sonnenbaden und zum Fressen. Frösche können also schwimmen und so etwas wie kriechen. Aber sie können auch hüpfen. Dieser Frosch springt gleich weg. Schaut mal genau hin. Damit ihr das richtig beobachten könnt, lassen wir den Film mal langsamer laufen. und so weiter gleiten. Man kann ihn sogar unter Wasser noch weiter gleiten sehen. Und was für schöne Wasserringe dadurch entstehen. Der hier startet von einem Seerosenblatt. Zuerst macht er seine Augen zu. Dann drückt er sich kräftig mit den Hinterbeinen ab. Aber weil das Seerosenblatt so glatt ist, rutschen die Füße ab und er gleitet direkt ins Wasser. Ohne Hüpfer. Am besten kann ein Frosch von einem harten Untergrund abspringen. Da kann er sich dann richtig gut abdrücken. Auch das Eintauchen ist nicht immer mit dem Kopf raus. Manchmal wird es auch ein Bauchplatscher. Das ist ein Bauch. Das ist ein Bauch. Dann kann er sich in der Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaub, jetzt weiß ich's. Das sind Rudi und Paula beim Wippeln. Volldampf voraus. Ahoi, Käpt'n Köpfchen. Magst du mit uns wippern? Gerne. Wenn das geht. Los geht's. Bei uns im Garten ist ein Teich. Da sind ganz viele rote Fische drin. Wenn man ihnen Futter gibt, dann kommen sie schnell angeschwungen. Sie haben überhaupt keine Angst. Lustig ist, wenn man einen Finger ins Wasser steckt, dann denken sie, es ist Futter und knabbern daran. Das kitzelt ein bisschen. Aber wenn man sie fangen will, dann flitzen sie alle davon und verstecken sich. Ich warte mal. Das sind schneidige Fische, oder? Hast du eigentlich solche Fische? Nee. Da! Sonst hätte ich da welche gesehen. Da hinten sind welche. Haben Fische überhaupt noch Zähne? Weiß ich nicht. Seht ihr da hinter euch irgendwelche Fischchen? Unter der Brücke sind ganz viele. Wir haben Gummihandschuhe gefunden. Da kann man Wasser reintun. Ich hab keinen Fisch, aber ist aber egal. Das sind ganz eklige Glibberhände. Das sind ganz eklige Glibberhände. Uuuh. Uuuh. Nicht zu feste. Okay, alle in Deckung. Nicht zu feste, Jakob. Lass die einfach fallen. Okay. Wuhu. Oh nee. Diese Fische kann man viel leichter fangen. Die Geister haben von Marius' Spaß. Ja. Ja, ihr darf ein Fisch fissen. Wow. Ja. Die echten Fische sind immer noch versteckt. Ja, was ist das gesprochen? Ja, ich habe einen weißen Fisch gefangen. So ein Teich macht richtig Spaß. Ich habe ein Fisch gefangen. Hey. Hey. Ich will nicht spätseln. Komm. Oh Gott! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Und derjenige, der schafft, seinen Flaschendeckel am längsten auf der Nase zu balancieren, der hat gewonnen. Und darf sich auch zuerst verabschieden. Dann geht's los. Bereit? Eins, zwei, drei. Hält richtig gut bei mir. Bei mir auch. Wie festgenagelt. Ich könnte noch ewig. Ich kann sogar tanzen. Ich auch. Meiner ist runtergefallen. Dann darf ich mich verabschieden. Okay. Tschüss. Tschüss. Ele, 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 Ele. Er ist blau. Er ist schlau. Los geht's. Wo seid ihr? Die Welt ist elefantastisch. Sie ist wunderschön, mein Freund der Elefant. Hilf dir, sie zu verstehen. Die Welt ist elefantastisch. Sie ist wunderschön, bunt wie ne Tüte. Bonbons, lass uns auf die Reise gehen. Mach mal deine Augen auf. Es gibt so viel zu sehen. Voll in jede Pfütze rein. Erst dann kann's weitergehen. Steck mal deinen Husten ganz tief in die Pfütze rein. Und jetzt kräftig umrühren. Das muss Kotsch mit Soße sein. Die Welt ist elefantastisch. Sie ist wunderschön, dein Freund der Elefant. Hilf dir, sie zu verstehen. Die Welt ist elefantastisch. Sie ist wunderschön, bunt wie ne Tüte. Tüte Bonbons, lass uns auf die Reise gehen. Die Welt ist elefantastisch. Sie ist wunderschön. Und wenn du morgen aufstehst, gibt's ein Wiedersehen. Elefantastisch.